Wasser, Eiswürfel, hinstellen, zusammen drehen, shaken. Was ist das denn? Das wurde mir so hingestellt, Digga. Das wurde mir so hingestellt. Digga, halt, da zieht ein Auge. Nein, das ist zu. Und wir beginnen jetzt mit der Anmisch-Change. Ich würde sagen, wenn du bereit bist. Drei. Wer hat nen Rekord? Ich aktuell. Lächerlich. Drei, zwei, eins. Lächer, Lächer, Lächer. Die Finger, Lächer, Lächer. Mein, nein, nein. Mein, nein, nein. Ich fand dein Auto, Lächer. Geil, ne, nein, nein. Ich war so gut drin. Sehr gut, Max, sehr gut. 25! 25! Go 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 go! Go 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 go! Oh ja! Klopp! Klack an! 22,75! Wie viel? Nein! Hätte ich den... Oh mein Gott! Nein! So vergangen! 32,38! Das ist der Rekord! Ich war doch schneller, oder? Das ist der Rekord! Das ist die originale Farbe, mein Freund! Aber ich war schneller an der Zeit, mein Freund. Die Farbe war bei mir nicht so gut, aber ich war schneller. Ich würde sagen, wir halten beide den Rekord. Halten beide den Rekord. Letzter Platz? Mittelfeld, würde ich sagen. Aber ich bin zufrieden. Ich bin wirklich zufrieden. Was habe ich gewonnen? Drei Dosen, würde ich sagen, oder? Geil. Das ist nämlich sowieso mein. Das habe ich versaut, das ist mein. Und ich bin anständig, ich mache auch noch sauber im Gegensatz zu euch. Ich habe sauber gemacht, sicher nicht. Guck mal, hier. Abstrakte Kunstchen. Prost. Warmes Wasser. Geil.